und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen video und heute geht es mal um die runen viele von euch fragen des öfteren ich lese es immer wieder in gruppen was eigentlich genau diese ganzen runen zu sagen haben oder was die überhaupt sind dann dachte ich mir einfach mal das geben wir heute mal durch und würde ich mal sagen wir fangen hier an hier seht ihr mal aktuelle runen welche ich habe und wie viele davon auch aktiv sind würde ich sagen fangen wir von links nach rechts an also mit der lilanen rune die macht unter anderem für euch die pvp attackenkraft nach oben dann die pv exp welche ihr durch kämpfe bekommt und auch das gold welches er sammelt also im prinzip das gold welches sie sammelt erhöht ist noch mal dann haben wir die weiße rune die hat zum einen die kritische trefferrate nach oben dann unter anderem der kritische schaden nach oben dann der pvp modus die verteidigung setzte noch mal nach oben also vom pvp modus und am seelenfeuer wie viel hp ihr generiert setzt es auch noch mal nach oben die gelbe rune die hat zum einen die verteidigung selbst also generell die verteidigung dann eben auch mit euren tränken die heilungskraft also die setzt die heilungskraft von den tränken nach oben und dann gibt es noch wenn ihr eure lunches da macht ich weiß gerade das deutsche wort gar nicht also ihr könnt euch ja essen im prinzip kochen oder auch irgendwie lunch machen und davon eben die dauer vom buff wie lang es einfach anhält die rote rune die ist für attackenkraft die setzt die attackenkraft von euch nach oben dann einmal die penetration setzte nach oben und den tränken den cooldown setzte nach unten also sprich ihr müsst nicht mehr so lange warten bis ihr den nächsten trank ziehen könnt und dann auch euren sammel oder sammelgeschwindigkeit und abbaugeschwindigkeit also von den minen und den ganzen selber kräutern was auf der karte eben verstreut sind unter anderem haben wir dann zuletzt noch die grüne rune und die setzt einmal unsere maximale treffer punkte nach oben also die hp und eben auch die treffer punkte recovery wenn ihr eben was abbaut also sprich jetzt zum beispiel wenn ihr unterwegs seid kriegt ihr immer wieder leben von den pflanzen und da ist im prinzip die recovery also die wiederherstellung ist dann noch mal ein bisschen mehr wenn ihr eben die grüne rune habt jetzt ist natürlich wichtig ihr bekommt nicht alles auf einmal sondern das wichtige ist und euren ausrüstungen das könnt ihr jetzt zum beispiel hier sehen wenn wir jetzt einmal in die tasche gehen haben wir hier zum beispiel meinen zauberstab da ist jetzt hier gerade auf episch und ihr seht ich habe zum beispiel zwei runen drin also sprich ich habe die weiße rune drin und ich habe die lila rune drin und alles was im prinzip diese runen haben und eigenschaften wenn ich diese eigenschaft selbst im prinzip habe auf dem gegenstand welchen ich nutze erhöht das noch mal wenn ich jetzt natürlich eine rune ziehe welche im prinzip nichts damit zu tun hat bekomme ich natürlich auch den buff nicht unbedingt also es werden im prinzip kann man so sagen die buffs verstärkt welche ihr schon habt das sieht man jetzt zum beispiel hier noch mit bei also hier haben wir schon drei runen zum beispiel drin und natürlich umso höher ihr eure sachen habt umso mehr runen bekommt ihr natürlich das ist das einfache prinzip zum thema runen und ich hoffe ich konnte euch damit helfen da können wir auch mal hier mal schnell schauen hier mit den verbessern hier könnt das dann zum beispiel verbessern ihr seht so weit kostet es und ihr braucht natürlich auch hier dementsprechend von den kleinen drädchen und dann haben wir hier zum beispiel da brauchen wir schon rüstungs verstärkungs steine um das hier nach oben noch mal zu setzen hier brauchen wir zum beispiel ausrüstungs aufwertungs stein um den auf episch auf ja von episch auf mystisch zu bekommen und natürlich umso höher umso mehr schaltet ihr an runen auch frei und dann kommen wir noch zu dem punkt ihr könnt zum beispiel jetzt hier also ich habe jetzt gerade nichts parat wenn ihr am seelenfeuer seid könnt ihr eben diese gegenstände welche ihr zum beispiel findet aufbereiten wichtig ist wenn sie jetzt zum beispiel die ganz normalen grauen sind bringen die euch nicht so viel außer eben die artefaktfragmente allerdings wenn es jetzt blau grün oder sonstiges ist natürlich umso höher umso mehr gibt es dafür da kriegt ihr eben diese artefaktkerne das sind diese kleinen zahnrädchen goldenen und dann habt ihr eben einmal die option dass hier hier hingeht zu dem hier dafür zahlt er eben mit der einwährung und da habt ihr dann aber noch zum beispiel die hier die spezialistin wo es dann eben meisterlich wird und da zahlt ihr aber eben mit euren blauen punkten mit den starseeds und ja das ist soweit alles zum thema runen und aufrüsten was mir bisher jetzt mal dazu einfällt ich werde vielleicht nochmal ein ganz anderes video zu machen zum beispiel was jetzt sage ich mal effektiv werde gerade für den magier wenn jetzt zum beispiel magier spielt was man denn da so nutzen sollte ich bin momentan dabei die sachen zusammenzufahren ich habe noch nicht alles aber ja ob ich mal konnte ich euch damit helfen sollten mir gesagt fragen kommen schreibt es gerne in die kommentare ich versuche sie alle zu beantworten und dann würde ich sagen war es das auch schon für heute mit dem video hat euch das video gefallen das gerne einen daumen nach oben da oder schreibt was in die kommentare ich würde mich natürlich auch freuen solltet ihr ein abo da lassen um einfach nichts mehr von diesem kanal zu verpassen und dann hören wir uns spätestens im nächsten video